Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Auch wenn sich die Ölpreise in dieser Woche in recht engen Handelsspannen aufgehalten haben, ist der Ölmarkt charttechnisch gesehen alles andere als langweilig. Schauen wir uns das mal genauer an, denn Risiko und Weise gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFD ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir rüber in die X-Station und werfen einen Blick auf den Wochenchart. WTI befindet sich seit knapp sieben Monaten in einem Abwärtstrend. Es werden immer wieder tiefere Tiefs und tiefere Hochs erreicht. Und der wichtigste Widerstand ist das Hoch, das im November 2022 bei 83,32 Dollar erreicht wurde. An und auch um diesen Bereich werden viele Verkäufer hier Stops liegen haben, sodass dieser um jeden Preis verteidigt werden möchte. Und ein nachhaltiger Bruch nach oben, also auf Wochenbasis, könnte jedoch den Beginn eines neuen Trends signalisieren. Wie stehen jetzt die Chancen auf eine Trendumkehr? Aktuell ziemlich gut. WTI kann in dieser Woche sich zumindest diesem Widerstand annähern. Und seit einiger Zeit können wir hier ja auch eine ABC-Korrektur beobachten. Doch je stärker sich der Markt im Abwärtstrend erholt, desto besser ist dann auch wieder der Einstiegspunkt für die Verkäufer. Und die möglichen Ziele wären dann bei 70 Dollar und weiter unten bei 66 Dollar zu finden. Richtung Ende der Woche könnte es also nochmal richtig spannend werden. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und auch schon mal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.